Ich vermisse die TV. Es fühlt sich immer, seit wir Elektrizität hatten. Ein Schlückchen. Hm, will er nicht. Weil das Baby. Da, da, kleiner Junge. Ich habe dich. Ich habe dich. Hey. Oh, hey, Clam. Ich habe nur... Ich brauche etwas Luft. Kenny, es gibt Luft überall. Es gibt Luft überall. Es gibt Luft überall. Entschuldigung. Entschuldigung, wie ich da war. Nachdem Sarita war... Ich... 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 Ich konnte es nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich meine, du hast alles getan, was du konnte. Du hast versucht, zu helfen. Und ich habe dich für das. Ich bin sehr, sehr entschuldigung. Ich... Ich hätte mehr gemacht. Ich habe noch mehr gemacht. Nein, das sage ich nicht. Du hast alles getan, was du konnte. Ich bin entschuldigung, wenn ich etwas gesagt habe, dich etwas anders fühlt als man. Es macht mich einfach schuldig. Ich weiß, ich kann manchmal echt scheiße sein. Stopp. Nein. Es ist wahr. Aber ich... Ich liebe mein Junge. Ich liebe ihn so viel. Ich habe ihn nicht so viel. Ich habe ihn nicht so, wie ich sollte. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich war nicht da. Ein paar Jahre lang. Ich bin auf einem Boot, irgendwoher oder andere. Ich denke, dass ich das Zeit von ihm erinnert habe. Von meiner Familie. Und ich gebe nichts für einen oder einen Sekunden mit ihnen. Ich spiele mit Duck. Und ich habe nur mehr gearbeitet. Ich vermisse Duck auch. Ich vermisse Duck. Er war ein guter Freund. Und ich hatte nicht zu viele davon. Er war ein guter Junge. Ein purer Junge. Ich wollte nur, die Leute glücklich sein. Das ist alles. Ein Junge wie das. Er hat sich in eine Welt, wie dieses. Es wird mit ihm anders sein. Er wird richtig gegründet werden. Ich werde nicht die gleichen Fehler wieder machen. Das ist eine Veranstaltung. Immer... Scheuklappen runter und nach vorne gehen. Du auch. Vielleicht ist es mir egal. Du solltest auch mitkommen. Du solltest auch mitkommen. Du solltest. Du solltest auch mitkommen. Ich weiß nicht. Komm schon. Es wird gut für alle. Ja, okay. Yes. So. Okay. Können wir uns den Zaun... Oh, Loch im Zaun. Loch im Zaun ist nicht gut. Können wir uns den Loch im Zaun hier mal kurz... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hm. Na gut. Gehen wir mal zurück zum Feuer. Jane. Du musst das nicht mit der Antwort verantworten. Hey. Ich finde, es ist gut, dass das alles in der Öffentlichkeit rauskommt. Los geht's. Das ist gut. Aber ich kann feststellen, dass es kein Zeitpunkt gibt. Es gibt welche Macht an. Gehen. Hey, Clem. Es ist gut, dass die Leute schlafen. Ja. Es ist das. Wenn man einfach so viel Zeit versucht, zu bleiben, dass... ... das nicht magschuldig werden. Ja. Wir brauchen mehr Zeit zum Leben. Alkohol hilft. Ja, das tut. Albu, kannst du ein bisschen leiser weinen, bitte? Wir haben hier gerade eine gute Zeit. Danke. Ja, ist ja halt auch nicht gerade eine normale Situation, in der die sind, ne? Also, das... Schrei nicht so rum. Sagt etwas auf Russisch. Kann ich noch aus dem Chat Russisch? Dann möge er jetzt bitte übersetzen. Mein Russisch ist nur aus der Schule und das ist schon... Lange, 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 lange nicht mehr präsent im Kopf. Ja, das ist eine gute Idee. Ich nehme das erste Mal. Danke, Kenny. Wirklich? Ich... Nein, nicht mehr. Du hast gut gemacht. Er war schön, während der letzte Woche... Bonnie hat sich tatsächlich in der Gruppe auch gut gemacht. Gut gemacht. Also wenigstens so emotional. So als Bindeglied. Dafür, dass er am Anfang so ein Verräterstramper war. Judas. So, und die Reise geht weiter. Ob wir heute die Hütte erreichen? Ob sie Hütte überhaupt gibt? Du bist sicher, dass du gut bist? Ja, ja, ich bin gut. Wenn ich... Wenn ich die Hütte rauskomme, werde ich dir wissen. Okay, dann mach ich das. Es ist kein Problem. Wie viel weiter? Kloß. Sehr kloß. Du hast das immer gesagt, wenn ich mich gefragt habe. Bitte. Oh. I'm really starting to think. You're full as shit. Behind you! What the fuck? Ah! Kenny! Kenny! Jesus Christ. Was the baby? Yeah, that baby. My cuts. Fucker came out of nowhere. That was real loud. Hopefully there aren't more of them. Yeah, well, let's move. We don't want to be around to find out. He's very close. Come. Ja, nur aber flink. Also hoffe, dass da nicht noch irgendwelche anderen Leute von ihm sind, weil die wissen jetzt, dass wir kommen. Die werden den Schuss auf jeden Fall gehört haben, wenn die Hütte so kloß ist. phenomenal. Da. What the fuck? That piece of shit? It's half-billed. Hm. Stop. We're here for the supplies, not the house. It's warm. Fireplace. Very warm. As long as there's food, who cares what it looks like? Du wirst nicht so denken, wenn du dich mit ein paar Inches von Schnee aufwachsen wirst. Man kann auch hoch... Ach Leute, man kann auch hoch rufen, oder? Sie? Oder ist ein Fluss? Ich kann mich aufwachsen. Vielleicht sollten wir nicht zusammen kommen. Wir müssen einfach zu viel Zeit haben. Wir müssen sich auswachsen. Nur um sicher zu sein. Wir warten, um es besser zu sein. Lass den Russki zuerst gehen, weil er so sicher ist. Das ist okay. So, wir warten nur noch ein bisschen. Ach du Scheiße. Oh, er hat doch schon die Knacke. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wer ist der schwerste? Mike, ne? Und Mike hat auch noch ein Baby. Wir sind okay. Wir sind okay. Don't worry. Und dann kommen... Da kommen noch ein paar Streuner. Wunderbar! Schön! Wir haben ein paar Walkers hinter uns. Es sind nur ein paar von ihnen. Wir sollten alles gut sein. Lass uns in das Haus gehen. Hey! Bleib mit uns! Scheiße! Alter, wenn die schon einbrechen. Da ist noch ein bisschen weniger Spekt dran. Hey! Motherfucker! Scheiße! Er wird ihn töten! Oh, Kenny! Komm zurück, du Scheiße! Siehste! Wir sollten dich verletzen, du Scheiße! Nein! Kenny! Hör ihn nicht! Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber... Okay. Zwei sind schon mal drüben. Drei sind schon mal drüben. Jut, der Baby ist drüben. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt müssten wir bloß noch alle rüber. Oh nein! Luke! Blick dich flach hin! Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ja. Um... Du hast walkers auf der Weg. Lass mich helfen. Es ist zu tief für beide uns. Ich muss nur... Ich muss nur... Oh! 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 Ganz schön. Oh! Nein, 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 nein. Nei, nein, nein! Ah, okay, gut. Den... Oh, okay. Jetzt wieder Kopfschüsse. Warte mal erstmal noch. Echt jetzt? Echt jetzt? Stopp! Ich hab dich! Luke! Wir gehen raus! Wie, zu late? Nee, ist noch nicht zu late. Zu late. Oh, komm! Luke! Ich hab dich! Ich hab dich! Komm! 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 Okay, Bonnie schenkt es, die Schacht zu haben. Oh, fuck! Sie ist gonna fucking freeze to death! Okay. Luke ist tot. Luke ist weg! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! We have to get the more. They're gonna freeze to death! Oh, ey! Luke's fucking gone! We should've gone around. Goddammit! We should've just fucking gone around. Goddammit! It happened too fast. What did I start to tell? There was nothing in any of us could do. Warum sind sie und ich außen rumgelaufen? Oh, da haben sie sich hingelegt. Don't listen to her, Clem. This ain't on you. Ach, man, ey. Bitch! This is your fucking fault! Hey! No, man! Don't what? It's nobody's damn fault! The hell it ain't! I'm freezing. Can we just get a fire started? Und wieder Kenan Sippo dabei. Ah! Look at this place. Just a stack of fucking toothpicks. Bet those magical supplies are bullshit too. What? No speaking in English? Fuck you. You fucking commie piece of shit, Kenny! Fuck you! Ah, jetzt kriegt er erstmal saurig. You mother! What the fuck, Kenny? Hey, shit! Kenny! Stop it! Just stop! Oh, man, ey. Oh, man, Luke war so cool. Wie so'n großer Bruder. Ach, shit. What did you do to him? Oh. Schau mal. So, könnte mal irgendjemand jetzt mal ein Feuer machen hier. Ist kalt. You wanna tell me how a can of fucking chili is gonna help a baby? How is beating a kid to death gonna help anyone? This is your fault. And you damn well know it. I'm tying him up. Fine. Mike, help me get a fire started. You okay? He's hurt real bad. Mike! Yeah. Yeah, okay. I'm the fire starter. Du umstick fire starter. Hey, hey. I thought I had matches. Kein Zippo. Kein Zippo. Kein Zippo dabei. Das ist recht, Eishei. Die Pfeile. Oh Gott, die Lippe sind schon ans Blau. Mach da jetzt mal ein Feuer an hier. Hopp di Hopp. Also der hohe Realitätsgrad in dieser Serie ist auch hier spürbar, förmlich, förmlich greifbar. Kling, kling. Sehr schön. So, toll. Jetzt hängen wir hier auf dieser Baustelle rum. Irgendwie haben zwar ein bisschen was zu essen und ein Feuer, aber so richtig geil ist das hier nicht. Und wir haben Luke verloren. Ach, wir haben ein bisschen Erdnussbutter genöscht. Kann er zurückgehen? Jesus. Er könnte dich töten. Was ist mit ihm passiert? Du bist weg. Kann er zurückgehen? Kann er versuchen, zu versuchen, eine schlussische Trucke zu starten. Trucke? Okay. Hier. Du solltest etwas essen essen. Du bist okay? Eine? Danke. Danke. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Ich habe Leute verloren, aber... ich habe nur noch nie gefühlt, dass er... so schlussisch ist. Er war ein großartiger Mann. Verdammt. Mit Luke hat mich jetzt gar nicht erwischt, tatsächlich. Also das... War auch so sinnlos, so ohne... Also... Man ist immer sinnlos, aber... Es ist immer sinnlos, aber... Ich bin glücklich, dass du es getan hast. Ich werde etwas finden, um das zu schlafen. Danke. Danke. Ich kann das nicht mehr nehmen. Er hat keine Hofopferung in irgendeiner krassen Situation. Nee, er ist einfach nur... Angebrochen. Er ist einfach nur ertrunken. Ich hätte mir einen geiler Album-Titel ein. Reingoth-Status. Okay. Auf was habe ich jetzt hier gerade eingewilligt? Bin gerade auf den Chat konzentriert. Ich werde ihn sehen. Ah... Ach, die gute 500er. Dämmklatter dahinter. Schön. Just... Be careful. Okay, ja. Wir haben ein Auto. Der globale Ziel nach Wellington zugelang, steht anscheinend immer noch irgendwie im Raum. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Ich weiß, sie war in ihrer Mache. Was hat sie gesagt? Du solltest das nicht mit Arvo getan haben. Ich weiß... Ich weiß, Clem, aber... Ich weiß nicht, Clem. Du kannst das nicht tun. Jesus, Clem. Du kennst mich. Du kennst mich nicht so. Du kennst mich nicht so. Du hast alle von uns, Kenny. Ja. Es wird wieder passieren. Das ist eine Verpflichtung. Mal gucken, ob du den Versprechen hältst. Was ist passiert? Es ist vorbei. Aber AJ braucht uns jetzt. Wir müssen uns auf diesem Ding zusammenhängen. Okay? Komm schon. Mal sehen, ob der Truck geht. Mein Vater hatte immer eine halbe Kugel, die er sich verpasst hat. Er war ein wunderschönes Mann. Aber er hat mir Respekt taught. Eine Frau wie Jane könnte ein Ding oder zwei über das lernen. Lass sie etwas Zeit. Sie macht mir eine reiblich Leistung zu ermöglichen. Ich mag sie. Gib sie ein bisschen Zeit. Vielleicht bist du richtig. Hell. Ich wusste nicht, was von Lee zuerst zu machen. Natürlich, er hat mir mehr Zeit geholfen, als ich erinnern kann. Muss man sagen, Rufi. Wenn ich da jetzt irgendwie so ein Auto finden würde, könnte ich das Ding nicht reparieren. Wird die Motor aufmachen und sagen... Ja. Das Auto ist rot. Danke. Vorbei der Mai. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Ah, springt nicht an. Ja, ist die 618er-Muffe unten vom Vergaser. Nicht. Hört sich gut an. Mexico! Wellington hört sich gut an. Das klingt gut für mich. Wir werden es machen, Clem. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Alles klar, schau es wieder an. Na? Du schau es wieder an? Ja. Gott. Jetzt auch nicht, der kleine Mann. Wir bringen ihn schon zum Traum. Wir werden es arbeiten. Wir müssen gehen, wenn wir AJ leben lassen. Wir sind aus der Zeit. Ich muss das Ding beginnen. Ich werde versuchen, die Batterie zu verbreiten. Geh rein. Ich mag ihn nicht, mit der Mädchen zu verlassen. Ja, das... Das ist so egal, irgendwie. Ich wäre auch nicht sehr hilfreich. Man könnte ein paar Wildkräuter sammeln. Immerhin. Immerhin. So. So. Können wir ein bisschen Bagger fahren? So schlendert immer so. Ein bisschen hinmachen. Bagger. Ja. Ich wünsche, sie hätten dieses Ort geschlossen. Ja. Sehr schön. So, Bonnie. Du nimmst ein bisschen die frische Luft hier draußen? Mal kurz miteinander reden. Ach, Kiebchen. Was willst du? Was willst du? Oh, ich werde nachsehen, wie es dir geht. Ja, sie war ja anscheinend auch ein bisschen in Luke verschossen. Hm. Ja, lass uns mal an dem kleinen Kind aus jetzt. Ja, lass uns mal an dem kleinen Kind aus jetzt. Okay. So, können wir rein gehen? Können wir hochklettern? Nee. Eine sichtbare Wand. Wahrscheinlich können wir jetzt nur noch rein laufen. Es sei denn, wir können diesen wunderschönen Stein hier mitnehmen. Nein, können wir nicht. Schade. Okay. Na dann. Gehen wir auch wieder rein. So. Als wir, also muss man auch sagen, ich glaube nicht, dass wir ihn hätten retten können. Irgendwie. Herr Hammut, könnte man immer ein Kräuterlikör draus machen? Sehr geil. die richtigen Kräuter findest du kannst hier hoch ist aber nachher blöde, wenn du halt wirklich nur eine Büchse Chili da hast wenn der Fressflash einsetzt ich auch, alles wird gut kann ich glauben, dass der Armo das angetan hat ja, alles wird gut ich weiß, Kenny ist ein schöner Mann, Clem ich wüsste, Carver war auch ein schöner Mann auf einmal wahrscheinlich hatte er einen schönen Job und eine schöne, schöne Frau und dann hat das alles passiert und einen Tag sah er ein paar Kinder in der face und wusste, dass er am Abend schlafen könnte Kenny ist nicht Carver du kannst das Recht haben das kann immer noch funktionieren Kenny ist ein Carver er hat nur einen Fehler gemacht all das ich sage ist start thinking about what happens if you're wrong äh ihr zwei haben sich seit langem kennengelernt später oder später wir müssen entscheiden, wie viel das kostet ich denke, es braucht Essen oder etwas ja schön, was machen wir jetzt Chili kannst ja nicht machen wir glauben sich, dass da irgendwo Milch drüber ist wir glauben sich, dass da irgendwo Milch drüber ist wir glauben sich, dass da irgendwo Milch drüber ist wie ernährst du jetzt ein Kind willst du es probieren? ich glaube, wir kommen uns näher ich glaube, wir kommen uns näher ich glaube, wir kommen uns näher das ist, was mich beuchtet wenn man dazu beuchtet wenn ich vorher stilisieren ja, eben eben, eben kannst ja nicht hier ist, komm, hier ist Schnee ach gut aufs Zauberhand wahrscheinlich hat Rebecca noch ein bisschen abgebrochen ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht stimmt's alles für eine Einzel ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht sie schau nur auf den Skogen wie sie ein Zerr schau Clem okay, cool, der Track läuft er hat es funktioniert sehr gut so, mit deiner negativen Einstellung kannst du das auch mal sein lassen, Jane das hilft dir auch keinem Spalterin wir müssen mal hier alle ein bisschen zusammenhalten so, aber tank leer wie viel Essen haben wir? zumindest eine Woche und für das Baby? sie müssen ein Platz für das Baby ja, ein Platz mehr ich verstehe wir sollten zurück nach Norden was? wir sind ein bisschen zu sterben ich weiß nicht, welche dumme Idee es war hier in den ersten Platz aber es war ein schlechtes sie ist richtig was, wenn wir zurück nach Haus warte, was? schau das ich dachte eher wie Texas Texas was ist das? doch schön jeder will woanders sein oder was? wir haben schon über das schon gesprochen ich bin sorry wir sind wir suchen zu Wellington richtig Clem? Wellington? Kenny es ist hier zufroren ich bin mit Kenny wir sollten nach Norden wir sollten nach Norden ich bin richtig Clem mein Freund Christa sie hat mir vor dem Wellington eine lange Zeit vor Jane es ist da drin wir sollten ihn fragen vielleicht will er ja nicht mit gute Idee er weiß die er kann uns helfen er kann oh ja er hat er hat Luke ich würde sagen er hat die Situation aber vielleicht wenn du ihn auf ihn vorst er würde nicht in der ersten Platz du denkst über das Kenny? ja ich bin nicht in der Mitte ja ich bin du hast das Kind du hast das Kind du hast auf deine Hand Mike? wir werden alle sterben wir haben genug jesu 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 man muss doch jetzt nicht so ich meine die nerven die nerven die nerven dieBeC aber man muss sich doch jetzt hier nicht so abfacken jetzt einmal alle Körper mal zusammenstoßen irgendwie und dann wird das gemacht was die Ölviewee gesagt Ja, fummelt da nicht rum. Als ob sowas wie an einer Apokalypse ruhen. Das ist, was die Leute sich einpfeifen, ja? Absolut einstein, absolut. Ich wusste, Jane hätte eine Stücke auf ihr Arsch, aber ich dachte, Mike hätte mehr Sinn gehabt. Er hat sich gemacht, wie ein echtes Entschuldigung. Aber warum können wir nicht morgen einfach gehen? Schau, wir haben vielleicht einen Tag für diesen Kind. Das ist es. Clem, denk an Rebecca und Alvin. Ich meine, was ist, wenn Lee nicht über die Hälfte von Georgien aussehen, um dich zu suchen? Viele Leute haben sterben, um das zu passieren. Viele Leute haben sterben, um uns so weit zu bringen. Wir beten es ihnen, um es zu sehen. Wie? Wo werden wir eine Babyformula finden? Ich weiß nicht, aber hier sitzen ist kein Weg. Es ist schwierig. Man hat doch jetzt keinen Kompass, nach dem du dich richten kannst. So, was ist richtig, was ist falsch? Du kannst jetzt einfach so mene mene mu und innerlich eine Münze werfen. Ich sollte niemandem vertrauen. Ah, ich sollte die Gruppe zusammenhalten. Hat er gesagt, hat er? Ich kann nicht nur auf diesen Kind verletzen. Ich meine, was ist das Ziel, wenn es nachher geht? Das ist das, was die Leute, die ich in dem Leben leben möchte. Und was die Leute, wie Jane, nicht mehr verstehen. Schau, ich weiß, Wellington. Das ist vielleicht Bullshit. Aber wo es da ist, da ist Feuer. Krista gehört auch darüber, oder? Ich weiß, wenn ich dich in der Lodge gesehen habe, ich dachte, ich war so. Und wenn du mit diesen Leuten mit dem Essen hast, ich weiß, dass du wunderschön bist. Und ja, ich fühle mich sehr, aber auch die Glück. Die Glück, die ich nicht in lange Zeit habe. Aber ich brauche dich jetzt, Clem. Es muss man sich besser machen, als wir. Aber wir schaffen es nicht alleine. Wir schaffen es nicht alleine. Ja, aber wir können es nicht alleine machen. Wir brauchen die anderen. Und deswegen muss ich auf dich betrachten, Clem. Wir müssen uns auf die Gruppe zusammenhalten, aber es wird immer schwerer. Es wird immer schwerer. Okay, wir werden alles in der Morgen herausfinden. Komm schon, lass uns ein bisschen schlafen. Wir müssen bereit sein. Wir kommen bis zum Teil wieder nach. Vielen Dank.